okay schön dass du wieder da bist ach ja ich habe gehört dass du gegnerische angriffe mit er blocken kannst ja ja das klappt in jeder rolle versuch mal gerne alles klar dann einen schönen tag ok hallo jetzt kommen zu einem neuen video richtig auf meinem kanal und wir gucken können heute am samstag kommt noch mal eine folge kirby clash royal battle royal keine ahnung problem ist ich weiß nicht wo wir beim letzten video stehen geblieben sind weil ich kann auch ein baum schütteln oder wir ernten ernten ja ernten kommen ja kommen wir abwählen wer damit okay also zweimal am tag sehr schön also falls ich hier schon war dann tut es mir leid wir machen mal könig klub schaue und starten einfach mal los geht's ja natürlich bin ich um 380 ich bin der original kirby ja wohl ändern wachen ändern rüstung ändern so auch wenn ich jetzt ungefähr noch wüsste was man hier tut wenn ich irgendwann einmal im leben aufpassen würde aber okay so kann ich schlagen dann springen und nach unten kann ich attackieren aber wir haben einfach blöd drauf ich weiß nicht ob achten eine energie verlieren und zielen weil ich kann auch irgendwie fliegen ja wie sieht man energie leiste aus eigentlich noch sehr gut aber wie doof drauf ja einfach pures dummes draufgekloppe wo ich muss um energien leiste achten aber es haben eingesammelt genau wir müssen ja mehrere teile am besten einsammeln okay ich glaube das hat mir schon ich weiß es nicht ja gewonnen mir sieht zeitlich aus wir haben ein gold das hat sich auf jeden fall gelohnt haben den gold okay ab zum nächsten da würde ich sagen weil wir jetzt hier eigentlich alles schön auf gold haben und ich keine ahnung was ich gemacht habe vielleicht hat ihn auch alles versucht ich habe mit denen auch versucht wir gehen noch mal rein und versuchen es und brechen auf doch weil ohne zu wissen was ich ihm getan habe sah das gut aus aber ich glaube der war schwerer in den hat mir auch versucht merko gerade sich sehr lang fliegen kann das ist auch nicht auch sehr gut ich bin mal schaden das ist nicht gut ob sie glaube dass ich mich besser anstelle als vorher also man kann schön fliegen wenn man das richtig macht und was ich kann nicht mal haben wir noch irgendwie eine super graal ja ich habe ein schild sehr schön okay ohne zu sterben wie energie hat eigentlich der boss dich das ich habe irgendwie schaden bekommen ich weiß noch nicht warum ja es scheint eigentlich gut funktionieren aber zeitlich glaube ich ein bisschen schlecht unterwegs eine attacke und vielleicht tot nicht gut gefahr gefahr wie kann ich hier ein bro hier mich also mich hier geht das eigentlich okay was jetzt los ich glaube der ist mal ganz kurz hier in sich gefangen bin ich denn hier voller in der ecke ich mache nichts aber wir müssen das alle machen und was man sieht jetzt irgendwie eine super power tage ich habe keine ahnung ich war gerade geistig verwirrt was machen wir kommen schauen und haben wir dich ja 9200 jahren joh bro warum lebt eigentlich noch so hoch er wie viel schaden kann denn der art das ist ja richtig böse hat ich gefahr ich weiß ich bin recht tot okay ich glaube gute punkte ist wenn wir den schaffen kriegen wir nicht nein 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 ich hoffe man kann mich gleich wieder hier mal irgendwie bin ich gleich tot haben wir haben wir haben wir haben und ich glaube zeitlich was nicht gut oder wir haben ein gutes team ja silber ok ja es eben nur silber neue runde ich würde sagen wir den holen uns jetzt den doktor eisberg ich habe den wohl schon mal gemacht vielleicht mit euch zusammen ich weiß es nicht aber wir suchen die mann gold zu holen anstand silber doktor eisberg los geht's dann brechen auf ja brechen auf wir sind da und das dr eisberg ich kann mich gar nicht daran erinnert ich überhaupt mal gegen ihn gefaltet habe ich dachte ich krieg schon bleibt noch stehen eisberg doktor aber los ist alle drauf einfach nur drauf oder hat sich auf mich gesetzt ich mache gar nichts naja ich bin irgendwie schon weit weg aber ist okay dr eisberg dann kann ich eigentlich fliegen ok ich weiß dass mich ärgert dass man nicht sieht ob man die essen essen ja sehr schön ob man überhaupt schaden macht das sieht man eigentlich gar nicht aber ist ein nettes game ich glaube es war so umsonst habe ich gesammelt ich kann ich sammeln wir haben alle vier wir machen eine super attacke wartet 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 ich bin blöd nein nein ist nicht gemacht ich höre ich habe viel früher gedrückt auch man können wir eine super tag trotzdem noch machen 8000 schaden trotz allen 8600 schaden obwohl ich scheiße bin haben ihn geknackt ist das eine gute zeit sind wir besser als silber ich glaube nicht gold oder silber was haben wir nein immer noch silber das gibt es doch nicht egal wo uns den nächsten gegner ok wir haben dr eisberg doch nicht schneller geschafft ich würde sagen wir nehmen uns schwert glute an wo er gealtert ich glaube der ist so stark wie der eine entgegner egal noch mal und wir brechen auf wir kommen die hunden uns 8 2 30 insgesamt oh mein gott sieht eigentlich schon sehr stark aus also der eine war ja ein endgegner und welchen sieht doch ein bisschen op aus ob wir da irgendwas anrichten können jetzt schlagen ich gar nicht mehr oh mein gott ist das denn ich sehe nichts mehr wo bin ich achte und attacke und noch mal luft angriff luft angriff und runter das hat gar nichts und luft angriff luft angriff mein papier ich wieder angreifen aus der luft läufst du denn hin mein luft angriff ist glaube ich auch ganz okay vom schaden her okay der hatte was gegen luft angriff ich habe noch einen minuten 30 was mache ich da keine ahnung ich glaube ich bin auf dem kopf rum aber ist lustig ich eigentlich schaden ja ich glaube schon achte ich ganz drauf ja 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 einsammel 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 kommt dann holt euch holt euch ein brauche noch nein wir haben alle vier ok jetzt konzentriere ich ich habe vorher gedrückt muss so viel früher drücken ok einer hat exzellenten 1000 ok der angriff musst du gut sein der müsste sehr gut sein ist trotzdem hart zu hauen 9800 und wir haben ihn nein doch nicht kommt schon haut drauf luft angriff wir haben ihn was gibt es besser als silber besser als bronzen weil von hat mir nur punkten also überwärts und stark wie muss ich denn die aufbauen oder tunen damit wir den fertig machen in einer besseren zeit ok also dann machen wir den block er sieht natürlich nicht so als wäre gefährlich ich komme nicht besser also es gibt als nächstes hart bonkers der ist auch mal bonkers ist aber wir machen heute noch mal den block und dann sehen weiter ja natürlich gehen wir los also man kann ja die figuren nachträglich noch tunen um sie stärker machen da muss ich mal ein bisschen gucken ja da muss ich wirklich mal ein bisschen gucken damit ich die ein bisschen besser ausrüstet wird sie nach gar nichts aus naja der ich denke mal seine stadt attack ist schon sehr stark was ich sehe auch gerade die problem zu was man darf nie vergessen das spiel war kostenlos und damit ist eigentlich schon sehr stark das game und was eben vier verschiedene helden zauberer blablabla das war wirklich verschiedene angriffe quasi machen kann es ich sterbe gleich obst oder so was macht er die welt größer was jetzt los das bild das gang ja super geil das bild hat im spielgang finde ich gut nein 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 das war schlecht was macht er denn er wird ja immer größer hallo nein jetzt kann er das kann nicht mal attackieren ich bin gefallen was wollte ich wieder hoch holt alter der macht uns fertig den schaffen wir gar nicht ich bin schon wieder gefallen ich bin außer gefecht kann er mich zurückholen ja danke alter der macht uns richtig fertig gefahr ich weiß habe ich irgendjemand hier nicht brauchen was wieder hat mich da noch erwischt ich kann gar nicht attackieren ich bin schon wieder da und alter der ist stark hat mich hier und danke bro ok das schaffen auf jeden fall nicht jetzt echt stark hat erstmal keine kill anzeige hat das nicht wissen wo ich meine wie viel energie noch hat noch sammeln sammeln ja super tag oder schaffen wir den doch noch keine gute zeit hinkriegen ok das war schon besser nicht wirklich gut aber besser reicht das reicht das für einen guten angriff guten kombi angriff 8.599 schaden kommt schon du bist dauernd ist ja nicht scheiße warum schon immer bruch da los haben wir machen jetzt tot am schau los er ist irgendwie k.o. wir haben ihn alter schwede eine ganz schlechte zeit aber wir haben ihn alter was muss ich die noch tun damit sie noch stärker werden omg immer noch bronze egal also machen wir so das war es mit dem game erstmal wenn es euch gefallen hat lasst daumen nach oben da schreibt es in kommentare aktiviert die glocke ganz wichtig und nicht vergessen ich weiß nicht wenn du noch so eine runde sehen wollt schreibt die kommentare dann kommt so schnell möglich noch mal eine runde das ist das zweite video was ich auch mein kanal bringen glaube ich jetzt weiß ich auch ungefähr wo wir sind muss doch mal gucken dass ich die ein bisschen besser tune ich wünsche euch einen schönen tag einen guten morgen noch besser haben denn ich bin hier mit raus und stolz auf 229 abonnenten und hoffe dass wir heute amt noch mehr sind und morgen noch 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 mehr bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020